Wir sind eine 100% Konzerntochter, das heißt wir sind im VW-Konzern unterwegs. Man ist ein Teil von dem Konzern selber und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Auch so ein kleines Teil ist wichtig für dieses große Unternehmen und das finde ich halt toll. Es ist einfach ein sicheres Arbeiten da. Weil man davon ausgehen kann, wenn man hier den Job macht, dass man dann auch morgen Arbeit hat. Wir möchten langfristig mit den Menschen zusammenarbeiten. Ich wurde hier nach der Elternzeit super toll wieder aufgenommen. Wir möchten, dass die Menschen an ihrem Job Spaß haben, dass sie gesund bleiben. Und das ist natürlich auch das Schöne, dass das Unternehmen einfach erkannt hat, wie wichtig das ist, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden von den Mitarbeitern einfach ein riesen Potenzial ist. Ich genieße es, ein Unternehmen an der Seite zu haben, mit dem ich auch alt werden kann. Und mein Ziel ist auch bis zum Ende hier zu bleiben.